Der Mattis hat sich locker gemacht, um eine Runde wui fit zu starten. Jawoll. Was willst du denn uns zeigen, mein Freund? Ich verliere jetzt, ich zeige euch jetzt so raus, wie man 10 Kilo in zwei Minuten verdient. Ja? Meinst du, das kriegst du raus? Hey, guck, siehst du, das ist mein zweiter Tag. Your second day? Pretty nice. Meine Nächte ruinieren den körperlichen Rhythmus des Körpers, ja. Lange Nächte, ja. Abgesehen davon, dass man morgens nicht aus dem Bett kommt. Damit haben wir Erfahrung. Du hast den Ball, auch immer nimmst du deine Fitness-Serien. Ja, wir haben nach 0 Uhr, deshalb sagt er uns jetzt. Da, siehst du, ich soll den Kanal hinzufügen, aber das lassen wir mal. Wir haben zu viele Virtual Console-Spiele. Ich hab zu viele. Ja, zu viele. So, hier, Training. Schaffe ausreichend Platz. Ja, ich werde dir nicht im Weg stehen. Mach dir keine Sorgen. Was soll ich nehmen? Such dir was aus. Ich gucke mal durch. Held. Ich bin der Held. Du bist der Held? Ja, lass mich. Fangen wir bei dir auch mit Yoga an, ja? Wir fangen mit Yoga. Joghurt. Wir fangen mit Joghurt an. Joghurt. Du hast eine weibliche Trainerin, glaube ich, ja? Ja, ich stehe auf die Frauen. Du stehst auf die Frauen. Also breit. Du kannst jetzt auch nicht da. Mette steht auf dem Balanced Board. Ich bin breit. Ach, das hab ich ja noch nie gemacht. Ich mach einfach mal überspringen. Ja, du gibst jetzt alles. Versuchst bestmöglich das zu geben. Und ich will dich mal ein ins Bild packen. Dafür dreh ich am besten mal die Kamera. What must I do? Arme meine Bewegungen nach, während wir an dieser Position arbeiten. Oh Gott, das ist ja... Das ist ja heavy. Das ist ein heavy Weapon-Guy. Versuche ich, die Füße drei Hüftbreiten weit auseinanderzustellen. Atme langsam, während du in der Position bleibst. Verteile dein Gewicht gleichmäßig auf beide Beine. Halte den roten Balken und laufe... Weißt du Bescheid, ne? Guck, das ist auch nicht. Ich bin der Held. Tolle Balance. Fühlst du die Spannung in den Hüften? In den Hüften? Nee. Irgendwie in den Armen, aber... Deine Haltung ist fantastisch. Du machst irgendwas richtig. Oder irgendwas falsch. Nee, ich denke, du machst das schon gut. Nee, ich glaube, ich müsste viel mehr mit dem Fuß rüber sein. Kehre nun zur Ausgangsposition zurück. Aber jetzt habe ich hier die andere Seite. Mit dem anderen Balken auch. Achte darauf, beide Fersen gerade hintereinander zu stehen. So, Spannung pur hier. Wii Fit Videos sind nicht so faszinierend, aber dieses Game ist echt anstrengend. Und das ist mehr wie ein Spiel. Ich stehe voll schief. Die Nase aus. Finde ich nicht. Stehst du da wie der Superheld. Echt? Weil er Superheld. Deine Haltung ist fantastisch. You are awesome. War etwas falsch. Wieso? Ich schmecke das eher an den Armen. Weil meine Arme noch von den Liegestützen eben total im Arsch sind. Ja, aber so ist das. Kevin, nun zur Ausgangsposition. War das jetzt das Training oder war das schon der Versuch? Das war schon der Versuch. Das war ja awesome. Das Training war Sprung. Mach so weiter, um deine Haltung zu verbessern. Guck dir das an. Ich bin Yoga Trainer. Du bist Yoga Trainer. Okay, ich bin Reboot. Meine Güte. Du bist ja unglaublich. Ja, ne? Mit, das ist unser Yoga Trainer. Hallo Yoga Trainer. Hallo Yoga Trainer. Was geht ab? Alles was nicht dran ist. Dieses Zimmer ist zu klein. Heute habe ich jetzt zwei Minuten. Ich bin der Held. Held Ausfallschritt. Versuche diese Kombination. Aha. 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 Ja gut. Es ist so, wenn er sich vorbereitet. Ja. Wir haben auch nicht die Zeit. Ne. Wir haben es halt kurz angespielt. Bis hin trainiert. Das ist wieder eine Muskelübung. Ne, ne. Ich mache jetzt mal hier. Oder machen wir mal. Was haben wir denn noch? Hula Hoop? Willst du Hula Hoop machen? Ich mache Hula Hoop. Hula Hoop Trademark. Hula Hoop Trademark. Ja. Das ist Hula Hoop Trademark. Da ist ein Film drüber. Ja? Hula Hoop. Ja, ja. Ah. Tim Robbins. Ich bin gut mit. Ja. Guck mal, da bist du. Wir schmeißen mir jetzt die Hula Hoop Ringe zu. Die Hula Hoop Ringe zu. Mach ich doch gerne. Nice spinning in the camera. Wir machen uns doch gerne zum Affen. Ist gut, oder? Auf jeden Fall. Oh, ich muss aufpassen. Uns fliegen die über mich weg. Den hast du vor allem in den Kopf bekommen. Hallo. Den nächsten fängst du bestimmt. Wäre nicht. Du musst dich früher in die Richtung strecken wahrscheinlich. Yeah. Geht doch. Ja, geil. Du bist ja total geschmeidig. Das ist cool, oder? Komm, schmeiß mal, Alter. Das ist jetzt vorbei. Drei Stück nur. 128 Umdrehungen. Lodernde Flamme. Zwei Sterne. Jede Kategorie hat ihre eigenen Bewertungsnamen. Bei den Muskeltrainings hast du dann unbalanciert, wenn du nur einen Stern hast. Ich habe meine Muskelübungen freigeschaltet. Ja. Was war das denn? Bruder. Bruder. Kugel. 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 Pressure A. And you're doing the Kugelballette. Das ist so einfach, ist das. Ja. Jetzt gehst du voll ab. Weiter geht's. Spielst du das Game direkt durch? Oh fuck. Das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Wir haben ja voll den Motion Blur, die Kugeln. Ja, es ist sehr schön, wenn die Kugel da reingeht. Ah, das warst du. Hast du gesehen? Ja, du hast mich reingelorft. Und jetzt bist du noch dran. Galt. Level dry. Holy Diver. Voll die chillige Mucke. Ich bin zu hart. Ich muss mal ein bisschen Ruhe halten. Oro. 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 Das sieht aus wie ein... ein Dreizack. Oro. Fuck. Ah, ich bin runtergefahren. Oh, hallo. Hallo. Was war das denn? Da bist du. Da sind wir wieder. Oro. Das Runde muss in das Runde. Ja, das ist so. Man bekommt voll die Krämpfe in den Waden und so, ne? Ja, und vor allem hat man immer diesen... Oh, Hilfe. Das ist ein Drang aufzustehen, warum auch immer. Also einen Fuß abzusetzen, was man aber nicht soll. Ne, das bringt nämlich nichts. Mensch, Schmelles, geh da hoch. Schmelles. Hol die da einfach rein damit. Ja. Komm jetzt nämlich gut nach hier unten. Gib mal alles. Oh. Nein. Nein. Voll gemein. Wer ist das? Ich glaube, das ist der Felix. Ne. Doch. Doch, das ist der Felix. Ja. Felix, du bist für ewig. Und wieder ein Abgriff. Ja. Scheiße. Sie schaffen das nicht. Sie haben zwei Ausgänge. Ah. Das ist gemein, dass sich das dreht, ne? Nein. Der wäre fast eingegangen. Ah. Das ist sau schwer. Ich sag's euch. Es ist... Vor allem, weil du da hoch musst. Knifflig. Springen. Springen bringt nichts. Ne. Und we fit. Was würdest du sagen? Macht das Spaß? Ja, also man kommt auf jeden Fall ins Schwitzen. Das ist grausam. Schwitzen. Wir schwitzen dann nochmal. Ah, natürlich. Wir schwitzen noch. Und bring noch ein koop-autorchives Schwitz-Spezial. Ja.